Hallo zusammen, wir konnten über FlügelTV ja gut beobachten, wie das Dach vom Landespamillon abgetragen wird, also die Mutter Erde weggeschoben wird. Jetzt wollte ich doch mal ein bisschen näher ran und uns da eine Minute einfangen. Danke fürs Zuschauen, tschüss! Ich bin nochmal zurück, um von dieser Seite auch nochmal einen Schwenk über die Baustelle vom Landespamillon zu drehen. Danke fürs Zuschauen! Tschüss! Hallo zusammen, der Blick von der Seite hat mir doch so gut gefallen, dass ich nochmal einschalten muss. Tschüss! 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 Tschüss!